Ich bin Barbara Rumpus und ich möchte heute über ein Gebet sprechen, wir nennen das von oben nach unten. Die Bibel spricht ja davon, dass wir mit Christus an himmlischen Plätzen gesetzt sind und dass wir weit über Mächte und Gewalte sind. Das ist unsere geistliche Position. Von da an leben wir unser christliches Leben. Und da fangen wir auch an zu beten. Weil wir da gesetzt sind mit Christus. Nun, wir haben schon hunderte von Jahren auch ein anderes Gebet. Aber das ist sehr auf die Erde konzentriert. Und es hört sich so ein bisschen wie dieses an. Himmlischer Vater, Du weißt, wie down ich heute bin. Und Herr, Du kennst meine Situation und meine Schmerzen. Aber Du bist so machtvoll. Oh, hab Barmherzigkeit mit mir. Das ist ein Gebet von der Erde aus gebetet. Ich weiß nicht, wie hoch dieses Gebet geht, aber es geht bestimmt nicht wirklich hoch. Weil wir das Problem beten und nicht die Lösung. Die Lösung kommt von den himmlischen Orten. Und ich habe ein Gebet aufgeschrieben und das kann man auch downloaden vom Internet. Und auf der einen Seite steht dann, wie proklamiere ich, wie ich in Christus bin oder wer Christus ist. Denn all unsere Antworten liegen in ihm. Unsere Identität ist, wer er ist. Wenn die Schrift sagt, als Christus gestorben ist, sind wir auch mit Christus gestorben. Und als er auferstanden ist, sind wir mit ihm auch auferstanden und aufgefahren. So, wenn Du Dein Gebet jetzt anfängst von oben her und dann runterbetest in Deine Situation, dann ist es eine andere Ebene von Kraft und Autorität. Und das ist das einzige Gebet, wo man auch mit geistlicher Bosheit, gegen geistliche Bosheit beten kann. So, zu Hause alleine fange ich so an, in meiner Gebetszeit. Herr, Dein Name steht über alle anderen Namen. Und welcher Name auch auf der Erde ist. Namen von Krankheiten, von Menschen, von Problemen. Herr, Dein Name ist über alle anderen Namen. Und Du hast alle Macht. Und Du hast alle Kraft. Und in Deiner Erlösung liegt alles, was wir brauchen. Und Du bist der Anfang und das Ende meines Glaubens. Und Du hast mir Glauben gegeben, um Dinge zu tun. Und Du hast mir Glauben gegeben, auch Dinge gut zum Ende zu bringen. Und Herr, ich bitte Dich jetzt zu Deiner Verherrlichung, dass Deine Kraft drüber kommt. Und dass Dein Reich kommt und etabliert wird. Und wenn Du ein Gebet anfängst, ein oder zwei Minuten, und Du fokussierst Dich, wer Gott ist, wächst der Glaube in Dir. Und wenn Du dann über Dein Problem betest, ist dieses Problem umgeben in Deinem Glauben und wer Gott wirklich ist. Lass uns mal annehmen, wir beten gegen einen Plan des Feindes. Wie diesem Fußballspieler, wo ich im ersten Video gesprochen habe. Er hat in der geistlichen Welt versucht, über seinen Gegner zu gewinnen. Und dann bete ich mit folgenden Verben. Für diesen Plan, der gegen mein Leben steht. Und der Plan, der gegen dieses Fußballspiel jetzt geht, trenne ich mich von diesem Plan. Ich lösche aus diesem Plan. Und in dieser geistlichen Welt annulliere ich diesen Plan. Im Namen Jesus Christus. Und ich trenne mich von jeden Flüchen, die auf mir liegen. Und durch das Blut Jesu Christi und sein Opfer am Kreuz, lösche ich alle Opfer aus, die gegen mich geopfert wurden. Und alle Dämonen, die in diesem Plan stecken, die weise ich ab. Und ich weise sie ab im Namen Jesu Christi. Und ich nehme zurück, was Gott mir schon gegeben hat. Denn ich sitze ja schon mit ihm an himmlischen Orten. Und ich habe ein Erbe mit ihm. Nun, das ist nur eine kleine Starthilfe, wie man beten kann. Top-down, also von oben nach unten. Um Gott groß zu machen. Bis du merkst, dass dein geistlicher Mensch wirklich zum Leben kommt. Das kann in ein oder zwei Minuten passieren. Du kannst dann lange Zeit den Herrn anbeten nach solch einem Gebet. Aber wenn Gott groß gemacht wird, dann wird der Glaube helfen, gegen dieses Problem anzugehen. Man muss auch auf der positiven und auf der negativen Seite arbeiten. Es geht nicht nur um Gebet und Verbetung. Sondern ich lösche den Plan des Feindes aus. Vielleicht ist da eine Attacke auf deine Gedanken. Oder du fühlst dich extrem schwach. Dann mache den Herrn groß. Und trete ein in diese Kraft, die er uns gegeben hat. Und in dieser Kraft und Autorität die Werke des Teufels werden zerstört. Jesus sagte, Ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Preis den Herrn. Ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Ich bin aber echt. Ich bin perquèsegut. Ich bin bei uns nicht schon einig. Ich bin aber schon einig. Ich habe das Gefühl. Meine hade geblieben. Ich bin aber unterworgen. Und da wurde die Werke des Teufels zu zerstören. Und da ist er die meals mit mir.